Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Dymotv. Heute geht es wieder um das Thema Wohnwagen und zwar um was ganz Besonderes und zwar den sogenannten Mini 300 in der Racing Edition. Racing Edition, was soll das heißen? Und das zeige ich euch in genau diesem Video. Also dranbleiben. Wie gesagt, hier haben wir den Stärkemann Mini 300 in der Racing Edition. Wie man sieht, ist es wie da drüben kein Wohnwagen von der Stange, sondern wirklich was Besonderes. Und zwar die Besonderheit ist, wir können hier tatsächlich ein Motorrad mitnehmen. Das zeige ich euch aber am Ende des Videos, also dranbleiben. Aber erstmal zeige ich euch jetzt erstmal die Merkmale, die wir von außen haben. Kommt mal lieber mit. Und zwar haben wir hier einmal, wenn wir optional, die ist nicht serienmäßig, eine sogenannte Gasheizung mitbestellen, haben wir hier einmal den Auspuff der Gasheizung, sodass die ganzen Abgase rauskommen. So, wenn wir einmal weitergehen, haben wir hier einen Frischwassertank, wo wir auch sozusagen autark stehen können und sagen können, dass wir on board immer ein bisschen Wasser haben für die Toilette und so weiter und so fort. Dann haben wir hier ein Staufach unter der Sitzbank, wo wir jetzt hier einmal das Abwassertaxi versteckt haben, was unter das Fahrzeug kommt, wenn wir dann am Campingplatz stehen. Ansonsten kann man hier auch noch super was verstauen. Ja, vorne der Gaskasten, einmal Platz für eine 11 Kilo Flasche, auch wenn es nicht danach aussieht, da passt wirklich eine rein. Auf der linken Seite haben wir dann nochmal das Reserverad und ja, ansonsten ganz normale Alkoholkupplung, wie man es kennt. Weiter geht es mit dem gleichen Lüfter, den wir auf der anderen Seite schon gesehen haben. Der hier ist aber für den sogenannten Gasboiler. Das heißt, hier können wir über Gas die Heizung und das Warmwasser gleichzeitig bedienen, sodass wir wirklich noch autarker stehen können und auch wirklich ohne Außenstrom Warmwasser betreiben können. Und zu guter Letzt haben wir hier einmal die sogenannte Autark-Vorbereitung. Hier kommt ganz normal der Landstrom rein, wie wir es jetzt hier sehen. Und hier hätten wir optional die Möglichkeit zu sagen, wir packen hier eine Batterie rein, klemmen die mit den beiden Polen an, sodass wir wirklich noch autarker stehen können und auch wirklich mal in der Wildnis oder wo auch immer, ohne auf Landstrom angewiesen zu sein. So, dann, was noch ganz schick ist und auch serienmäßig, sind die Alufelgen. Ja, und hier haben wir ganz normal noch die Kühlschranklüftung, hier ist auch nochmal eine Zwangsentlüftung. Genau, und jetzt kommen wir zum Highlight, warum dieses Fahrzeug überhaupt Racing Edition heißt. Dafür mache ich jetzt einfach mal einmal die große Heckklappe auf. Ich habe jetzt hier unten die Möglichkeit, zwei sogenannte Hebel zu entriegeln, um den ganzen Spaß hier einmal runterzuklappen. Und dann sehen wir hier sogenannte Auffahrschienen, um dort ein Motorrad reinzustellen. Jan, hör mal, hör mal. David, ja, ist doch was für dich, oder nicht? Ja, der ist doch ein Moppet, der ist doch mein Thema, hör mal. Gut, dass du hier so schlagst. Ohne Fland, das kriegst du hier so. Ja gut, jetzt, Moment, Moment. Das ist ja jetzt eher so Fraktion-Kinder-Moppet hier, ne? Ja, aber jetzt mal so. Und dann hier, zack, einfach rein und gut ist. Ja, so ungefähr soll es klappen, ne? Ja, hör mal. Ja, so, was mache ich denn mit dem Tisch? So wird er der wohl nix. Ja, also erstens, den Tisch, den müsstest du, wenn das Fahrzeug drinsteht, wirklich einmal komplett rausnehmen und entweder im Fahrzeug frisch im Pkw zu verstauen oder du schaffst es, es vielleicht sogar noch im Innenraum zu verstauen. Ja, ja, okay. Und was noch ganz cool ist, das sieht man hier, die gleiche Schiene für den Tisch haben wir auch draußen. Das heißt, selbst wenn das Motorrad mal über Nacht drinsteht und man schläft im Zelt oder so braucht noch einen Tisch, kann man immer noch sagen, ey, ich packe den Tisch hier draußen dran und spare mir sogar noch einen Tisch mitzuschleppen. Ja, du, da bin ich ja auch schon wieder Motocrosser, ne? Man muss auch mal ein paar Sachen auseinanderbauen. Der hat ja gleichzeitig einen Werktisch mit dabei. Das ist ja mal cool. Ja, jetzt pass auf, jetzt bin ich relativ groß, so ein Moped würde ich jetzt da so reinschieben. Wenn man jetzt nicht ganz so viel Dampf hat, wie kriege ich denn das Ding da rein? Ja, also man kann optional eine sogenannte Seilwinde mitbestellen. Die wird dann, vorne ist ein Loch, da wird die dann durchgeführt und dann kann man manuell sagen, man kurbelt das Motorrad da rein. Ah. Sodass dann auch wirklich mal eine weibliche Person oder jemand, der nicht so viel Kraft hat, die Möglichkeit hat, das Ding da reinzukriegen. Genau. Okay, jetzt sind wir nochmal dabei, das ist ja jetzt auch mal wieder hier. Ist ja ein kleines Moped, ne? Ist alles gut? Ja, was ist denn jetzt, wenn ich ein vernünftiges Dickschiff mitnehmen will? Wie viel Zuladung habe ich denn da drin? Also wir haben hier ein Eigengewicht von 777 Kilogramm, wenn du es ganz genau haben möchtest und eine zulässige Gesamtmasse von 1,2 Tonnen, sodass wir wirklich eine Zuladung von knapp 400, wenn nicht sogar über 400 Kilogramm haben. Okay. Genau. Das ist ja schon ganz ordentlich. Moped mit 400 Kilo, da hast du auf jeden Fall schon einen ablehenden Stuhl da drin. Ja, das ist ja mal sehr geil. Cool. Und wie sieht es aus mit Duschen in den Dingen? Ja, das kann ich dir gerne mal zeigen. Also, ist es so, wenn wir das Ding jetzt wieder hochklappen, das mache ich ganz gerne einmal. Das heißt, einmal festhalten, einmal rüber, andere Seite auch nochmal ein bisschen anheben und rüber. So, wenn wir jetzt die Schiene rausnehmen würden und wenn wir mal einmal hier reingehen, siehst du hier oben, dass du komischerweise eine Schiene hast, wo du was einziehen kannst. Und sogar einen Halter, da fragt man sich, wofür kann das sein? Da hinten haben wir eine sogenannte Duschwanne. Würden wir jetzt mit dem passenden Werkzeug diese Schiene da rausnehmen, die Duschwanne dort reinlegen. Sekunde, hab ich doch noch was. Also extra was mit dem Werkzeug. Du hast doch sicherlich meinen Erste-Hilfe-Koffer immer mit dabei, richtig? Aber auf jeden Fall. Das heißt, Schiene raus, Duschwanne rein, oben den Vorhang einziehen, dann, einmal hier rüberkommen bitte, haben wir hier in dem Schrank die sogenannte Duscharmatur. Sprich, wir können, wenn wir den Vorhang oben haben, die Duschwanne hier unten mit dem Ablauf, den dort oben einhängen und problemlos duschen, sodass wir auch wirklich mal auf eine Campingplatz-Toilette oder auf eine Campingplatz-Dusche verzichten können. Weil, Thema Toilette, wenn wir da gerade bei sind. Und zwar haben wir serienmäßig, man will es nicht glauben, sogar eine vernünftige Toilette hier dabei. Guck mal um die Ecke, David. Ja. Das heißt, du könntest sogar tatsächlich hier vernünftig auf die Toilette gehen. Und das hat mein Vater gerade lustigerweise gesagt, wenn man auf der Toilette sitzt, kommt man sogar super am Kühlschrank, um sich ein kaltes Bierchen zu nehmen. Und jetzt wird aus der Nummer langsam ein Schuh. Das ist ja wohl mal ein Rennen. Nee, aber... Auf Toilette sitzen, moppelt mit dabei und gegenüber noch ein Bier. Der David musste jetzt nochmal zurück in die Werkstatt, hat noch ein bisschen was zu tun gehabt. Ich mache trotzdem einmal weiter mit euch. Und zwar Thema Kühlschrank. Ich habe gerade gesagt, es gibt einen Kühlschrank in dem Fahrzeug, den kann man über Gas laufen lassen, über Außenstrom und wenn er am Auto hängt, auch über die Batterie. Ich denke mal, für ein bis zwei Personen sollte der Platz wirklich komplett ausreichen. Und was ganz cool ist, wir haben sogar noch ein kleines integriertes Kühlfach. So, dann was auch noch ganz cool ist, wir haben unter der Küche nochmal Stauraum, wo wir dann auch wirklich nochmal Teller, Tassen etc. pp verstauen können. Hier oben einen Zweiflammenkocher, wo wir dann leider ohne pH-Zo-Zündung, dazu muss ich aber sagen, kann weniger kaputt gehen, heißt ein Stabfeuerzeug mitführen, dann läuft das alles problemlos. Und wir haben hier einmal für Warm- und Kaltwasser nochmal eine Spüle, wo wir dann Wasser zapfen wollen. Die wichtigsten Punkte, die jetzt kommen, sind die technischen Daten. Und dann setze ich mich einmal mit euch hier an den Tisch und gehe die einmal durch. Um nicht durcheinander zu kommen, habe ich mir jetzt einfach mal die Broschüre genommen, um euch zu sagen, was das Fahrzeug hier alles an Länge, Breite etc. pp bietet. Und zwar haben wir einmal eine Fahrzeuglänge von 4,42 m, eine Fahrzeugbreite von 2,2 m und eine Höhe mit zusammengeklapptem Dach von 1,98 m. So, das heißt, wir können mit diesem Fahrzeug wirklich auch in normale Garagen, wie sie es von zu Hause kennen, rein und man kann das Fahrzeug dickig sicher verstauen. So, die Innenstehhöhe jetzt gerade mit zu im Dach ist 1,92 m und sobald wir das Dach, und das zeige ich euch auch gleich, wie das funktioniert, hoch machen, haben wir eine Innenstehhöhe von sage und schreibe 2,33 m. Und wie das Dach aufgeht, das würde ich jetzt euch einmal gerne zeigen. Und zwar haben wir, und das sieht man hier ganz gut, 4 solche Laschen, die dann wirklich nur dort eingehangen werden und das Dach nochmal mit ein bisschen Schwung nach unten ziehen. Genauso wie hier. Genauso wie hier. Und genauso wie hier. Das heißt, ich kann jetzt gleichmäßig das Dach hoch, zack, und kann jetzt hier wirklich auch nochmal mit ein bisschen Kopffreiheit stehen. Das Coole daran ist, wir haben hier nochmal ein paar Fenster, die man auch zumachen kann mit Fliegengitter. Das heißt, wenn man morgens ein bisschen Luft haben möchte und nicht die Fenster gerade öffnen möchte, kann man hier oben auch ein bisschen Luft durchlassen. Genau. Und ich denke mal für die Zwecke mit Motorrad und wenn man wirklich mal einen Kurzfritt machen möchte, ist das echt eine super Lösung. So, und das Wichtigste an dem Ganzen, wo schläft man? Also man hat natürlich erstmal die Möglichkeit zu sagen, man nutzt den ganzen Spaß als Einzelbetten. Ich muss dazu sagen, es könnte vielleicht etwas knapp werden. Okay, die Madratze könnte wirklich mal für eine Nacht ausreichen. Wenn man es aber ein bisschen komfortabler haben möchte, hat man die Möglichkeit zu sagen, man klappt den Tisch runter. Sprich, diesen Hebel oder beziehungsweise diesen Fuß kann man nach innen klappen. Den Tisch dann hier auflegen. Und, was auch ganz cool ist, das ist nämlich hier hinter versteckt. Da darfst du gerne mal einmal reinkommen. Und zwar haben wir hier nämlich noch drei so Bretter. Die Bretter, das sieht man hier auch, werden hier nochmal quer drauf gelegt als extra Sicherung. Dann kommen die beiden Polster rechts und links in die Mitte. Und dann hat man wirklich eine große Spielwiese, wo man dann auch wirklich ganz entspannt schlafen kann. Falls euch das Fahrzeug gefallen hat, so wie es hier steht und jetzt auch gerne mal live sehen wollt, meldet euch bei uns, ruft uns gerne an, kommt live vorbei. Wir haben jederzeit Zeit für euch, um euch das Fahrzeug von innen wie von außen wirklich ausgiebig zu zeigen. Ansonsten, falls ihr noch Fragen habt, gerne einen Kommentar da lassen. Ansonsten würden wir uns über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei DümoTV. Ihr denkt schon länger darüber nach, euch ein Wohnmobil anzuschaffen? Dann seid ihr hier genau richtig bei DümoTV. Dann seid ihr hier genau richtig bei DümoTV. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.